Hallo Leute, mein Name ist socialinstalk und es ist 18 Uhr, das heißt SNG4 Reaktion. Ja, wie immer. Heute geht's... Mario auf... Wolke? What? Naja, 6 Sekunden, los geht's. Möte? Cue da Meta 1, ein Femesong. Guys, wir haben Meta Runner News. Wir haben Matarunner News. Ich weiß, dass alle die Fans des Seriesen, die uns schon an der Zeit angst, fragen uns, wann ist Season 2? Wann ist Season 2? Wann ist Season 2? Oh, das ist Pikachu. Also, wir haben eine besonders Arme für Meta Runner. Gehen wir auf Meta Runner Reddit, Juli 5th, wo wir eine AMA mit allen Fanern von allen. Es ist eigentlich sehr schwierig, weil wir nicht zu vermitteln haben, für Season 2 zu vermitteln. Gib uns deine Kreative Fähigkeiten, vielleicht kannst du etwas bekommen. Ja, vielleicht kannst du etwas bekommen, aber wir werden nicht alles geben. Aber es ist auch noch eine andere Sache. Komm, 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 komm! Ah, ich bin Angst! Uh oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Warum seien sie das Datum? Was haben die jetzt mit diesen Reds? Ich liebte es nicht! YouTube Hauptquartier. Nicht das erste Mal. Au! Ah, die kennen wir! Der war schon mal in irgendeiner Folge. Aber nicht auf eine, die sie reagiert haben. Achso, wow! Er hat die Steuerkampf oder wohl vergessen. Achso! Warum hat der die Stimme von der Gegend? Oh, hier! Oh, Benzu, Gafu! Jetzt hat der Name keinen. Oh, komm! Oh nein! Finale! was? Welches schnapp mit dieser Folge haben. Oh, der ist in der Folge nicht auf predict? Er ist die Perdeutung. Gucchi Gucchi! Hm? Haa! Mamma mia! WTF? Ey ja! Die Maut! Ohhhhhhh! Sie kann wohl steuern. Das ist die YouTube-Maut. what is ro POL sac Mario, wir haben ja schon mit dem Basta. Oh, danke. Der Armluigi ist schon wieder. Loll, die haben Deutschland eingebaut? Die haben echt Deutschland eingebaut? Das war ja jetzt gemecker, aber für mich ist das eine Ehre. Ein deutscher Reactor. Oh nein, nicht die schon wieder. Du musst doch jetzt gar nicht anschließen. Oh, er hat einfach aufgerufen. Ja. Jikes! Ich hab das eben nicht. You dumped. Die haben wir jetzt. Was? Kick the baby! Oh, come on Mario! Oh. Oh, Stinky! Hallo! Yo man, wassup? Ha ha! Look at this! What? Oh, Stinky! Das ist tausend! Oh, Stinky! Oh, Stinky! Oh oh! ищigitarier! Ich bin Germany, für dich da einfachtern! ground lever plus an? Was見て gut zu? Mirals nicht darüber! Was scientists aufgeregt? Ach, hier! schwer crucial! Was ist das mit Exen passiert? Was ist das mit dem? Ich hab das plötzlich mal in der Feuerwehr vorgesehen. Ich hab das plötzlich mal in der Feuerwehr vorgesehen. LOL Okay, ich find's eh wie cool. Ich find's eh wie cool, dass die Gottmek in der Stimme voll einladen. Das ist die beste Folge überhaupt. Bist du ja. Oh. Gottmek. Girl. Oh, sie ist weg. Okay. Help ab. Warum bist du gay? Das war ganz cool mit Maggie. Es drückt auf, aber es wird wieder lustig. Und, Gott stopp. Das war jetzt ne Frage der Zeit. Oh oh. Alles stoppt. Oh sh**. Oh. Oh. Der ist ein Arzt. Das klingt jetzt kaputt. Hey Luke, er geht gegen Vegeta. Was ist das eigentlich? Ey, du bist kaputt. Nix bewegt sich. Nix bewegt sich. Oh. Eine Aufmerksamkeit. Ooo. Ha ha. Oh hoo. Let's go. Yippee! Kn stellier Ram performer NOOOOOO FETOKON NECETADCHOTORAPOTEHKON NAPPOSTOKESADORAFAR KRAATO WAHHAA ZEITER KLIMIT NICE 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 OH SHIT HEHEHE VAHI LUICHI VAHI UMIDA IN BANK HEY YOU TWO SHOULD KISS Marios! This guy is so happy! Come on! Mario wins! Okay, das geht. So long, Bowser! Toll, die drei sind ja festgefroren. Autsch. Okidoki! Ja, mit der Zeit wird das echt langweilig. Hm, Mama Mia! Läuft Fischi hier? Beim... I'm growing depressed. I'm growing very, very, very depressed. Der kann nix tun. DAMN YOU! DAMN YOU ALL TO HELL! Uh-oh. I'm sorry, Baby, I love you. Oh, er hat ja wohl nicht gekauft. Äh, ja, und Mario ist wohl verstanden... ...hingeraten und ist in seiner alten Zeit gelandet. Oh! oh damals konnte er noch nicht bei pizze so nice hallo hey stinky schatz und pizze oh shit das einfach nicht das jetzt nicht gar nicht gleich da zum ersten mal trotzdem müsste ich eigentlich jetzt die Zeit kaputt gehen nope wollen wir die Seite jetzt nicht vorfragen oder was ne Mr. Gamewatch das war ne besten Folgen bisher wer kippt 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 krone kippt Die Geister sind falsch gecapt. Oh, Fiddlesticks, here comes Pac-Man. Awww. Hallo, Motherf***. Oh, s***! Here comes Pac-Man! Also, die Szene, wo Maggie englisch und japanisch befand sich die Kamaschen allein in der Animation. Und auch, dass sie... All my children, I love them! Okay. Mamma Mia! I'm about to whip somebody's ass. Here we go! No! 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 Was ist denn jetzt los? Hat er alles zerstört, oder wie? What are you doing? What's going on here? Yep, alles weg. Hey, du, 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 du! Was ist denn? Ja! Gehört, du, 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 du! Mhm. What the f***? Mhm. Gib mir auch so wohin! Mm. Mm. Oh, du, 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 du! Waaah! Oh, huah! Oh, du, 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 du! Ooh, woooo-ooh, ho, 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 ho! Oh, ha, ha! Ho, ha, ha! No, ha, ha! Ho, ha! Oki, doki! Ho, ho, ho! Ho, du rade, du! Mama Mia! Oh! Punkt von damals. Wow! Ho ho! Genau! Uh oh! Der erste Spierball! Bisschen! 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 Das war's. Das war's. Wahoo! Yahoo! Oh yeah! WHAT THE FREAK ARE YOU GUYS DOING?! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! 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 Ow! Okidoki! Ah! A pucca! Ah! Oh! Ah! 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 Oooo! Oooo! Oh! Ah! Ah! Ja, mal ein gutes Ending anscheinend. Ja, mal ein gutes Ending. Ich erkehrte zurück. Also das war eine richtig coole Sache. Maggie mit einer Synko, was ich mir schon länger gewünscht habe. Richtig gut gemacht und von allem für mich als Deutscher richtig schön, dass mal Deutsche in einer Episode offiziell sind. Ja, damit bedanke ich mich für zusehen. Bleibt sozial, lasst aber da. Ja, eine klasse Folge. Hut ab, enden wie vor und Bye.